Komm schon, Schwuchtel, wir lernen dich gerade erst kennen. Hey, wartet auf mich, wartet! Hey, komm her! Wartet auf mich! Komm sofort zurück! Wer bist du? Eine Freundin von den Typen. Meinst du Timbo? Ja, von ja! Ich bin sein bester Freund, steig jetzt ein! Katscha! Ruhig drauf, Ronnieman! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gott, Leute! Kennst du sie? Ja, sie ist meine Freundin! Weil sie so, er ist mein Freund und ich so, er ist mein Freund. Steig in den Men, was tun wir hier? Timbo, was zum Teufel ist da eben passiert? Ich weiß es nicht! Ich lag auf dem Boden und wurde getreten und dann sehe ich hoch und Ronald hat geredet wie so ein Ghetto-Mensch! Und wie? Ich will nicht angeben, aber ich kriege einen ziemlich überzeugenden Oma hin aus der HBO-Serie The Wire. Wenigstens scheinen die Kacka drauf reingefahren zu sein. Ich liebe es! Kacka! Genau so Sachen, die das waren die Men! Schlag ein! Das ist ja Wahnsinn! Nehmt euch nachvoll, den wir als Sachen brauchen!